Liebe Studierende, willkommen zur ersten Videoübung des Semesters zum Thema Strom und Ladung. Diese Aufgabe bietet eine erste schöne Möglichkeit an, sich mit den Kirchhoffschen Regel- und Ohmschemgesetz auseinanderzusetzen. Die physikalische Situation entspricht einer Schaltung, wie in der Bildung zusammengefasst ist, wobei eine starke Batterie zur Starthilfe für ein Auto mit einer schwächeren Batterie verwendet wird. Bei der Frage a möchte man bestimmen, wie groß ist der Strom durch den Anlasser, wenn nur die schwache Batterie berücksichtigt ist. Das heißt, man betrachtet zuerst nur die untere Masche der Schaltung. Der Anlasser wird als Widerstand repräsentiert, RS. Bei der Schaltung handelt es sich hier um eine Serieschaltung von Widerständen, RS für den Anlasser, und RI2 als innerer Widerstand der Batterie mit Spannung UQ2. Nach dem Ohmschemgesetz folgt sofort für den gesuchten Strom, nennen wir diesen Strom I3. folgende Gleichung I3 gleich UQ2 als Batteriespannung, gedeicht durch den totalen Widerstand RI2 plus RS. Hier verwenden wir die Regel, dass der totale Widerstand einer Serieschaltung gleich der Summe der Widerstände in der Masche ist. Für die numerische Auswertung des gesuchten Stroms, I3, schauen Sie bitte die Musterlösung. Für die Frage B sind beide Batterien, wie in der Bildung gezeigt, mit dem Anlasser verbunden. Nochmals müssen wir bestimmen, wie groß ist I3. Hier müssen wir die zusätzliche obere Masche berücksichtigen. Diese besteht aus einer Batterie mit Spannung UQ1 und innerer Widerstand RI1. Auch die Drähte, beide Drähte und Kabel, besitzen einen Widerstand RJ. Und dieser Widerstand RJ lässt sich mit der Formel berechnen. RJ gleich Rho mal L, gedeicht durch P mal D Albe im Quadrat. Das heißt, wenden wir hier die mikroskopische Definition des Widerstandes an, so dass R allgemein definiert, proportional zum spezifischen Widerstand Rho der Länge des Strates L und inversproportional zur Querschnittsfläche des Strates mit Diameter T ist. Somit können wir bereit den totalen Widerstand R1, nennen wir dies so, der oberen Masche als zweimal RJ plus RI1, definiert zweimal RJ, weil eben zwei Kabel nötig sind. Die zusätzliche starke Batterie führt zu den Knotenpunkten A und B in der Abbildung. Das heißt, zwei zusätzliche Ströme, nennen wir diese I1 und I2, müssen definiert werden. Wenn wir die Masche zum Beispiel im Uhrzeigersinn anschauen, können wir die Ströme I so zeichnen. Die Ströme I sind voneinander nicht unabhängig. Es gelten die Kirchhoffschen Regeln. Aus der Knotenregel kann man sofort schreiben, I3 ist gleich I1 plus I2, nennen wir diese Gleichung 1. Das heißt, bei einem Knotenpunkt, hier B, ist die Summe aller zufließenden Ströme, I1 plus I2, gleich der Summe aller abfließenden Ströme, in diesem Fall I3. Aus der Maschenregel, das heißt allgemein, die Summe der Batteriespannungen ist gleich der Summe der Spannungsaufälle in der Masche, folgt. Für die sogenannte äußere Masche können wir schreiben, dass UQ1 muss gleich sein I1 mal R1, vorher berechnet, plus I3 mal RS, nennen wir diese Gleichung 2. Weil eben die Batteriespannung UQ1 ist gleich der Summe der Spannungsabfälle bei der Serie Schaltung von Widerständen und eben nach dem Ohmsche Gesetz können wir diese Gleichung erreichen. Für die sogenannte untere Masche, genau ähnlich wie oben, können wir dann schreiben, dass die Batteriespannung UQ2 ist gleich der Summe der Spannungsabfälle hier in dieser untere Masche, nämlich I2 mal RI2 plus I3 mal RS, nennen wir diese Gleichung 3. Die Gleichungen 2 und 3 werden nach I1 respektive I2 gelöst, also I1 ist dann gleich UQ1 minus I3 mal RS, geteilt durch R1 und I2 ist dann gleich UQ2 minus I3 mal RS, geteilt durch RI2. Und wir können jetzt diese beiden Gleichungen für I1 respektive I2 in Gleichung 1 eigentlich einsetzen und daraus folgt folgende Formel. I3 ist gleich UQ1 minus I3 RS, geteilt durch R1 plus UQ2 minus I3 RS, geteilt durch RI2. Und Auflösen dieser Gleichung nach I3 führt zum gesuchten Ergebnis, nämlich das I3 ist dann gleich UQ1 RI2 plus UQ2 mal R1, geteilt durch R1 geteilt durch RI2 mal RS plus R1 mal RS plus R1 mal RI2. Und nochmals die numerische Auswertung überlasse ich Ihnen mit Hilfe der Musterlösung. Mit dieser ersten Videoübung konnten wir die Kirchhoffschen Regel anwenden. Ich möchte betonen, dass das Ergebnis völlig unabhängig unserer Auswahl der Richtung der Ströme ist. Das heißt, die Wahl der Richtung der Ströme I1, I2, I3 ist uns überlassen, da die Kombination der Knotenregel einerseits mit der Maschenregel das richtige Vorzeichen geben wird. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.